Ja liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play F1 2018. Wir machen heute weiter mit dem Qualifikationstraining an diesem Samstagmittag. Nachmittag? Nachmittag, Nachmittag ja auch. Und ja, wir gehen rein ins Qualifying, zum Großbritannien der USA, der am Sonntag stattfinden wird. 2018. Rennen steht diese Saison, steht an. Oder Rennwochenende, so rum ist es richtig. Gesamme Ausfahrten bedeutet, dass die Hinterreifen ganz schön zu leiden haben. Sie drehen eher durch, wenn man zu schnell aus einer Kurve schießt. Es mag toll aussehen und wir Zuschauer lieben ein solches Spektakel, aber gute Rundenzeiten fährt man so nicht. So. Ich frage, ich kann mal den Ultrasoft... Ja, wir müssen es ja. Wir müssen ja eh... Wir können ja was machen. So, warte mal. Ich fahre jetzt. Oh Mann, ich fahre wieder zu schnell mit dem Drücken. Ich habe kein Setup drin. Befürchte ich zumindest. Naja, egal. Ist ja ganz verpasst. Ich war da viel zu schnell mit dem Drücken. Naja, das ist jetzt... Das müssen wir jetzt arbeiten mit. Ich glaube, ich habe aber... Ich würde ja eh vorgekriegt sein. Nur dadurch, dass es regnet, es ist eh... Ich glaube, es regnet eh, ne? Aber wir müssten so... Es wäre gar nicht mehr so tragisch. Okay. Wir müssen ja mit Ultrasoft fahren. Wir können ja gar nichts anderes machen. Warum unnötig die Zeit zu versauen? Warum unnötig die Zeit zu versauen? Ja, wir müssen ja noch ein bisschen Druck machen auf die Konkurrenz. Weil wir halt, wie gesagt, noch komplett in einem Kampf drin sitzen, was die Konstrukteurs werden. Wir haben ein Pünktchen... Wir haben, glaube ich, einen Rüschergarten von zwei Pünktchen. Also müssen wir natürlich noch mal ein bisschen was erarbeiten. Wir müssen ja jetzt im Idealfall gewinnen. Letztes Mal haben wir, wie gesagt, mehr im Titel von Platz 20 aus klargemacht. Im Ferrari. Dieses Mal nicht. Diesmal müssen wir haben, weil denen schon einen Renn vorher gemacht hat. Der Fahrerwehren-Titel ist klar. Aber was drum geht, es geht um die ganze Zeit. Das wäre im Titel noch. So, jetzt geht es auf die gezeichnete Runde. Jetzt geht es auf die erste gezeichnete Runde. Wir können hier richtig Reifen verballern gerade. Und jetzt geht es auf die gezeichnete Runde. Es ist natürlich direkt ein Auto. Also ideal nicht. Es ist ein Toro Rosso. Und es ist ja Sardinia Alonso. Der jetzt mal eine Zeit vorlegt. Hardlay ist es für uns. Aber hier geht 33,4. Die erste Zeit, die wir setzen müssen. Der Toro ist natürlich jetzt böse im Weg. Ja, der Wettbewerb dürfte einige Schiller sagen. Jetzt müssen wir nicht dazu überwältigt die Schwindigkeit rausnehmen, weil wir hier nicht durchkommen oder nicht vorbeikommen. Ja klar, die Runde für diesen tiefen tiefer Marsch. Wir führen also vor Hammel und Vettel. Genau, du bist der Ödech. Na, die Schmerzwein. Nach bait. Das ist die Schmerzwein. Ja. Ja. Ich bin àat. Ja. Ja, das ist ja so. Kollisionen, ja, es legt mich doch am Arsch, der fährt mir in die Karre und ich muss, ich kriege eine Kollision, aber. Ah, keine Absicht. Ich werde das Blockieren, ja. Nein, legt mich doch! Das war keine Absicht für uns. Zum. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Zeiten sind gut momentan Wir haben eine gute 10 Minuten Zeit jetzt Man sollte es mir verstoppen momentan Keine Zeit gefahren, oder? Ne, er fährt nämlich jetzt auf die Runde Gehen wir mal drauf auf ihn 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ne, es ist ein sauber Untertitelung des ZDF, 2020 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 colle Untertitelung des ZDF, 2020 Gut, dann Genau, und die Informationen haben wir hier, wie gesagt, die wissen ja, dass es Regen geben wird Und ob wir das Rennen gut bestreiten oder auch nicht Das sind wir dann im nächsten Part bei Let's Play Fans 2018 Bis dahin und auf Wiedersehen